So, ähm, okay, ich hab keine Ahnung, wo die Massen von Gegnern jetzt herkamen. Okay, abgesehen davon, dass sie alle überall aus dem Boden rausstrotzen und kamen, aber okay, ich weiß gerade, ich hab irgendwas Gefühl, ich geh um meinen Questpunkt rumherum. Wo bilde ich mir das ein? Ich glaube, ich bilde mir das nicht ein. Wo komm ich denn da hoch? Hahaha, ja, ich gehe tatsächlich um meinen Questpunkt rumherum. Gekonnt, meine Lieben, gekonnt. Kommt man irgendwo da hoch? Das wäre jetzt nicht euer Ernst hier. Doch, hä? Haha, haha, ja. Die nächste halbe Stunde werden wir übrigens hier drumherum laufen und gucken, wo wir lang gehen können. Was ist denn jetzt kaputt? Kann doch nicht sein. Warte, mich verarschen. Ich überlege gerade, ob ich es provozieren soll, einfach irgendwo durch die Map zu fallen. Für fürchte, das kriege ich hin. Deswegen will ich es eigentlich gerade nicht drauf anlegen. Ach, ist das unterirdisch. Okay, wir machen kurz ein Quick-Safe, bevor ich jetzt gleich gekillt werde. Ich nehme an, dass hier eher Monster kommen als normale Gegner, also als Humanoide. Irgendwie verlässt mich gerade wieder die Vermutung, dass das Ganze unterirdisch ist. Oder vielleicht doch? Wieso habe ich das noch? Wow, 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 wow. Ja, pack weg. So habe ich es gern. Ich möchte ganz kurz mein Schutzschild wieder haben. Todesessenz. Klingt nett, freundlich, hübsch, einladend. Was? Was ist denn toll für... Was bist du für ein Leichen-Channel? Das war gar nicht meine Absicht. Okay. Wow, 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 wow. Äh, Leute? Könnt ihr aufhören, mich zu töten? Bitte? Bitte? Hallo? Ähm. Ich bin zu alt für sowas. Du bist zu alt dafür, natürlich. Nein, das war die Foh-Shit. Ich wollte eigentlich gerade wieder ein Schutzschild machen. Oha. Oha, oha, oha. Da hätte ich mal irgendwo eine kleine Schwalbe oder so. Auch ein bisschen unschädlich, wie man die Tränke einnimmt. Aber gut. Das müsste uns jetzt ein bisschen einfacher von der Hand gehen. Die hauen ganz schön Schaden rein. Also, ich mein... Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Echt einen Leichen-Flederer. Ich will mir Quick-Safe mal eben. Ich vertraue dem allen hier nicht so ganz. Vor allen Dingen. Vor allen Dingen, mein Zielpunkt ist schon wieder mal irgendwo am Arsch der Welt. Wo bin ich? Und warum bin ich? Ist noch die viel, viel wichtigere Frage. Moment mal. Verarsch mich nicht. Ah, wie viele Gegner sind hier? 25. Top, die weite Geld. Es sind mindestens drei Gegner. Nicht. Also irgendwie glaube ich, dass ich hier gleich noch... noch sterben werde. Also ich weiß nicht hundertprozentig, wie ich darauf komme, aber... Ich hab da so... Mir schwarnt da sowas im Sinn. Oh, hi. Was ist das jetzt? Kann ich jetzt irgendwo lesen? Irgendwo wurde mir gesagt, ich kann das lesen. Mhm. Ja. Irgendwo kann ich lesen, was für Waffs ich da anhabe. Ich hab keine Ahnung wo. Sorry. Ich hab tatsächlich keine Ahnung wo. Aber okay. Ist hier wieder eine Brüche gewarnt? Ich glaub schon. Verdammt. Hm. Okay. Ich bin mir halt total unsicher. Ich hab mich jetzt glaub ich schon verlaufen. Ich bin mir halt total unsicher. Und so. Hä. Heiligen. Ich treff die voll auf nicht. Na komm schon, noch mehr? Ich krieg das noch irgendwann hin. Also ich hab keine Ahnung ob ich jetzt irgendwie... grad was Gutes mache oder nicht? Ich kann es nicht sagen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht mehr eine Ahnung ob das hier irgendwas mit dem magischen Arterfakt zu tun hat. Ich kann es nicht sagen. Was ist denn ein Schicksal? Aha. Äh, ja. Ist ein Silberschwert. Ist ein bisschen schwach um die Brust, oder? Schade. Ich dachte ich hätte jetzt was total tolles gefunden, aber das Schicksal meins nicht so gut mit mir. Na komm. Uh, Eisenerz. Ich werde reich. auch nicht. Auch nicht. Ein Kicksafe am Rande. Wir sind hier schon viel zu... Wait, what? Oh nein. Ja, wir sind wieder am Eingang. Ich kann doch bestimmt irgendwie tiefer gehen, oder nicht? Moment, hier bin ich doch. Das war's? Haha. Okay. Du erinnerst dich nicht an mich, aber ich mich an dich. Kenne ich dich. Ich habe beim Grauen Fehnlein gedient. Gelogen. Unter der Standarte des Grauen Fehnleins habe ich bei Brenner und Wergen gefochten. Schlacht vor Brenner. Alle Nordlinge gemeinsam gegen die Schwarzen. Die Redaner im rechten Flügel, kommandiert von den Reuter. Die Märchen im linken Flügel unter Nathalies Befehl. Das war ein Anblick, nicht wahr? Oh Scheiße. Ah, haha. Ah, fuck. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht zugehört. Nicht komplett. Wohl doch, aber... Ich habe ihm gerade nicht zugehört. Ich weiß nur noch, dass die linke Flanke die Zwergen waren. Ich weiß aber gerade nicht, was er gesagt hat. Ich habe es nicht gerade... Du irrst. Die Redanier haben in der linken Flanke gekämpft. Die Temeria in der Mitte. Stimmt. Vielleicht sagst du ja die Wahrheit. Überzeug dich. Sag mal. Du musst es ja wischen. Wer hat bei Brenna die Nilfgarter befehligt? Welp. Ich habe keine Ahnung. Weil wir nicht Tillда ahhern haben. Ew. Helちゃん 3 Und jetzt stirb. Heßen zerf... Derوسida narrowing ist. Wir haben eine Quest abgeschlossen, die wir gerade nicht mal angezeigt haben. Wir haben gerade eine Quest abgeschlossen, die wir auch noch brauchen, richtig? Aber, die ist ums Verrecken nochmal, die ist nicht, also es ist nicht die, die wir gerade machen wollen. Hahaha, ist das eine Scheiße. Ja, ich brauche, was ist das zum Kotzen? Ich brauche die Standarte und ich brauche noch was, also Hass und, was war das andere? Ewige Schlacht. Genau, das Schwert, das hat noch irgendwer. Ja, Moment, ich brauche irgendwas. Die Standarte habe ich. Die habe ich doch jetzt hier, oder? Habe ich die jetzt hier irgendwo liegen lassen? Come on. Okay, probieren wir es nochmal. So, aber hier habe ich jetzt... Ich weiß es gerade nicht. Ähm... Karte. Das war es aber anscheinend. Ja... Okay. Hier, ein klein wenig verwirrt. Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt... Hier. Äh, Wandergriffsschwert. Wo war das denn nochmal? Irgendwo wurde das erklärt. Oh mein Gott. Äh. Joach. Hier, das Symbol des Hasses. das symbol des hastes kann ich noch nicht kriegen okay dann bleibt mir jetzt hier nur der magie auf der spur also nicht laufen kann man jetzt nur mal jemand sagen wie ich da hochkomme so kann ich auf bäume klettern oder so ich weiß nicht wie ich da hochkomme so das ist kein scherz sieht für mich so aus als könnte ich hier hoch kann ich aber nicht von da komme ich ja da komme ich dann kann ich irgendwo rüber springen muss ich hier links hoch kann ich auch links gehen da hab hier na haben was ich hab sie nicht ausgewählt ganz schlau so deswegen alle achtung könntest du mir gefahren schon herkommen nimm es nö tust du nicht ihr könnt mich mal naja hoffentlich krieg ich so immerhin die 60 federn irgendwann voll ich verstehe das irgendwie mit den pfeilen nicht ganz vielleicht kann ich jetzt hier mal eine auslegen mal gucken was passiert wenn jetzt hier falls denn hier abgehen kommen sollten kommen sie aber nicht okay ich guck mal eben ob ich hier hoch kann ich glaube tatsächlich man soll hier rüberspringen das medaillon da muss eine starke magische quelle tolle starke magische quelle gut wir machen hier einen ganz kurzen cut mit